Musik Kommt doch mal rein Ja, ist halt die Frage Kommt ihr doch raus Ich weiß gar nicht, ob wir da mit Stevo reinkönten Lack der Player, lack der Player Nein, ne töten, ne töten Außen, 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 cagen Alter Man kann nicht auf Spieler damit liefern Der Trank, äh, Trank, Alter Meiner, der kommt nicht mehr weg Okay, Grapphin Nein, 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 ich hab ihn an der Hook, ich hab ihn an der Hook, alles gut Ja, einfach betäuben Wer ist es denn? Oh, sorry Ach, Fress, bummer Betäuben, festnehmen Schlag nochmal drauf, schlag nochmal drauf Einfach nur damit Nacko-Beere So Nett töte, Nett töte Oh Warum kriegt der Krang mit von der Trinkweifel? Ich hab ihn, da kommt nicht weg Ich hab ihn Alter, Luca, du bist so ein Profi, ne? Weil du mich abgeworfen hast Ja, genau in dem Moment, wo ich die Buller geworfen hab, kick der um Leute Nett, Ablenk gelassen Ein Spieler erreicht, um den festzuhalten Ich hab keiner mehr auf dem Snyder-Posch, du, was denn los? Ich hab noch jemand raus Da kommt noch jemand raus Ich hab nur eine Kröppling-Wook, den müsst ihr nehmen Da ist noch jemand nackt, der rauskommt Der ist einfach im Flammerfer Flammerfer, Flammerfer Flammerfer, Flammerfer Ja, ich renne weg, ich renne weg, muss man sparen Halt den Tümer weg von mir, weil ich nehm voll Sparen jetzt mit Der ist schon wieder rein Der ist wieder drin Der sieht so geil aus Brauchen wir Ersatz-Golams? Ey, wie wollen wir überhaupt weiter machen? Ich möchte meine Antwort haben Wir können jetzt nur vier Stunden tanken, dann haben die vielleicht irgendwann mal keine Ressourcen mehr Also, lange irgendeine Base noch Munition hat, werden wir hier nicht reinkommen Rägen wir auch gerade Da fliegt jemand draußen rum Da fliegt jemand draußen rum Vor deren Base Nö Ja, einer fliegt Oh, hier ist der Hier ist noch der Baba Nicht! Nicht anzünden! Ich bring dich um! Ja, ich hab bloß den Flammerfer weggegeben Ja, ich hab bloß den Flammerfer weggegeben Ok Da ist wieder einer Raketenwerfer Da kommen Raketenwerfer Ja, ja, die schießen mit ner äh Raketenturret raus Auf den Golem Oh, ich würd'n so gern backsnipen, aber ich darf nicht Bobby Guck mal in dein Terry rein Ja, die haben da ganz viele vor dem Eingang im Place Was mit seinem Terry? Da kommt einer wieder raus Ist jemand wieder raus? Ist wieder aus Also, kannst du wieder mit dem Camper Der Vorteil ist, die sehen halt auch nichts Doch, du kannst uns mal rausgucken Nö, kannst du nicht Äh, ja Leute, hat einer Handschellen Ja, wo seid ihr denn? Beim Käfig Hintermann Gefrenzen Fuck, ich kann ihn nur Ihr gebt mir ja nicht mal mit mir in Zalle, Alter Was seid ihr denn für Nutten? Ihr seid ja viel zu bittig Da sind zwei Wo Da liegt wer 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 Hier, nicht mehr Da ist ein Gegen singles ettiielle Da ist wer Da ist wer Bei dem schwarzen Perl-Spot unten Wo Is wer hier ist ja dort bei den europäischen gegner herrn spot wo drängen eure musik moser okay wir konzentrieren uns weiter auf den eingang nach die beide versucht ihr den eingang einfach mal im schach zu halten dass wir da jetzt auch der eine mit flammenwerfen der kommt ja nie mit rüstung wirklich raus ne naja also nimm einfach Trankrifle der hat mit Trankrifle funktioniert nicht ja ja mach ich jetzt aber ich weiß nicht auch Spieler reagieren Teleporter hier setzt hier auf so wo ist die Rocket Gun der Wasserraumboot ist auch von denen oder nein von uns nein Wasser ist ein Tech Elmoser von denen ja aber die war Wasser auch von uns ja ich spieg gerade weg da ist sie um ich habe ihn vier Hits gedrückt ähm der Moser ist eigentlich nicht gefährlich wir sind zu weit im Blatt hab ich auch noch ein ey warte sitzt auf dem Moser am Player drauf ja klar meiner 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 er hat den Klippmann wer hey natürlich kann er aus dem Wasser rausgucken kann er auch hä mich snipert einer ja das sind wir im Wasser wer meinte denn dass er aus dem Wasserfall nicht rausgucken kann hey wo ist der Moser ja bei mir unter der Brücke ganz am Ende also von mir hat er jetzt schon 15 hits oder so I'm on my way I'm on my way I'm on my way da will ich mich um den Moser kümmern ja bitte nicht töten okay bitte wer snipen da der trifft mich gar nicht er wird gekillt geh weg Bobby geh weg ach mhm ich wollte da C4 draufhauen ach Spasti jetzt verbrauch ich das ganze C4 ja ich wollte C4 auf den Tattletrop klatschen dann hockt das Spiel da drauf und das C4 wird nicht abgeschossen und sobald's dann drin ist äh Player kommt zum Moser Player kommt zum Moser von wo äh Viking Bay er droppt mit Rocket Launcher äh ach da ist einer von beiden ist ein Spieler oder was warte mal Vicky kannst du über mir schießen sag mal hinter mir und guck mal ob du über mich schießen kannst wow das hat gelagert so lächerlich so schildschusstechnisch ja über dich kann ich schießen äh ich kämmer mich um den Spieler Moritz bleib weg äh ich muss noch eine Köpfe zu kriegen was hittet mich denn oh okay hier ist irgendwo einer ja hier muss auch irgendwo jemand sein du guckst die Klippen schnell ab ja da oben ist einer auf der Klippe wo seid ihr mit dem Moser gerade? ja da oben der auf der Klippe hat ein ganzes Magazin Magazin gefressen ich geh hoch mit Klammerfer die schießen Leckrakete deswegen fliegt das so lang hast du ihn? ich bin das ich geh gerade hoch da ist ein Spieler oben kannst du mitkommen? Boah Wicked wo gehst du hoch? wo ist ein Spieler? äh wenn du auf den Wasserfall guckst rechts oben da war gerade ein Spieler ja gut Klipp den Moser einfach fast die von innen nach außen? ja hier liegt noch ein Lootback in der Luft ja er ist gelootet von mir jetzt ist er weg nein ist er nicht Lootback also da ist noch irgendwas ja Matroschka hab ich aber eigentlich okay ich hab nur ein Tech-Rüstung Flammenwerfer Tech-Gewehr und Sniper gelootet und vielleicht Munition ne ich geh mal mit oben oh Elementschart hast nicht gelootet tausend stück mein Gott der hat noch ein bisschen Leben oh schläft sah holizinsattel aus mach ich hey was schläft? der Moser ja die haben da vorne innen Turret stehen deswegen ja wir werden die abgeschossen oh jetzt leidet der so hart Bobby ja Bobby vorne rechts die ledge trip auf deiner Seite steht der Spieler Raketewerferin oder Flammenwerfer oder irgend sowas ran da hopp wo steht der Spieler? jetzt rennt er denn jetzt ist er drin ich hab nicht gesehen bei mir ist er einfach so richtig unkomisch äh komisches Mesh ja dann Base teleportier dich weg komm bitte dass das weg ist ne das ist immer bei mir läuft ja rum vorm Eingang unsra unsra ok ach das ist ein S-Plus Rocket Turret ja ja ist es die steht jetzt auch hier mit Rippling Hook das hier bringt nichts wir müssen uns irgendwie überlegen wie wir da reinkommen kommt man da mit Racer rein? ja das bringt aus dem Ganzen du hast doch gesehen wie schnell die Struktur vom Pronto Hunde war also du kommst da rein wenn keiner von denen nachplaced also nicht nachplaced sondern vor allem nachlegt was die Munition angeht wir hatten die Turrets jetzt schon zweimal leer getränkt und die haben einfach nachgelegt wir haben wieder von vorne angefangen jedesmal und weiter rein kamen wir halt bisher auch noch nicht ach dann lümpig wird man da auf den Golems abgeschossen wenn man reingeht nein also nicht wenn man halt wenn kein Spieler daneben steht und schießt also du kannst das natürlich jetzt die nächsten vier Tage tanken aber schon mal mit Stegos versucht hau rücker sein da graben die dich wie weit kann man da reingehen wenn du jetzt zurückgehst wirst du gleich abgeschossen wirst du eigentlich äh du kannst bis rein du kannst bis rein ist einer von dir vorne komm her gepostet einer von denen einer von denen rennt glaube ich vorne am seitlich vom Tor ne ne ich bin das wieso hast du ne blaue Tech-Rüstung an weil das meine Ersatzrüstung ist Gott guck dass du dir ganz schnell ne rote anziehst kann ich da drin nicht mal killen mit der Wiffer ja ja es leckt glaube ich gerade Hardcore ja komm mal Hardleck mit Lörden raus ja hör mal auf äh rechts von mir draußen ist ein Spieler ja Roli warum hast du ihn umgebracht ja weil die Zeit umgebracht weil wir müssen oh mein Gott ich komm nicht mehr aus dem Kriechmodus raus achso hab ich fast gekriegt wir hatten da vorne einen Narko-Kernautabrieb oh das musst du sagen das musst du sagen ne alter ich kann die Wirwern nicht mal mehr landen sichtbar wenn du da raus gehst musst du das sagen man es ist nicht lustig ist jemand an der Seite trotz ob ihr den nicht seht dann grab Lino ran Bobby oder Impi Impi hat ihn ja Bobby hat ihn oh scheiße kann wir jemand auslocken Impi ist dich reingezogen wieder ja ist wieder weg aber weil aber er hatte kleiner Schreck die Typen doch auch auslocken oder was die tötet die die Wirwern killt die soll ich euch mal was zeige bitte Papa oh Gott das geht auch nicht gut mein Tapajara ist unsterblich doch du bist sterblich hä ne von dir aus links gleich hast du ne riesige Turretwall oder was hast du vor oder was hast du vor ja links ist deren Bales können da Quetze rein also haben wir imprintete Quetze nein die haben wir nicht drum gekümmert wir haben glaube ich nur noch ein Quetz überhaupt hmm wait nur Moitek rückstum hat nachgelassen im Tabajara gehts so gut das ist grad wie beim Mauseloch ja da kommt man alle durch wenn die nächsten wenn replaced wird kommt man nicht rein solange es Wochenende ich hab noch keine Zeit wo haben die Admins noch ne Base jetzt Base auf dem Kanone äh never the Burg wollen wir das machen ja Robby wollen wir einer hier bleiben bis nach dem Golem Robby 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 ich mach da den Teleporter Robby ich setz da den Teleporter aber lass hier die Base stehen ja ihr machen weiter ich und Wicked machen das ok ok also soll ich jetzt Ressourcen holen da ist noch jemand da sind zwei draußen einer ist bei Bobby da sniped einer raus auf mich ja da sind zwei draußen aber vielleicht noch ein bisschen channel steak ja äh wie heißt der TP äh Hashtag 2 wait verdammt ja hab ich nicht dabei da kommt einer raus ja da bin ich ja dort wurde Teleporter steht wo ist er wo ist er wo ist er da wo sich dahin geht er kommt er geht nach rein man könnte ihn aber im Wasser so einfach ja welcher im Wasser äh welcher im Wasser wo Highlands äh ich glaube nicht guck nach sichtbar Bobby der Typ war am zurückgehen ja lass den Blödsinn wieso Blödsinn eben hab ich damit eingeholt ja wir wollen die hooken und nicht killen äh wait wer mit Wasser mit Wasser tropfen mit Wasser tropfen wer ist noch da hab nur noch 5 es stehen alle mosas draus blaesius bei dem ist wieder jemand Bobby ja ich würd sagen zwei oder drei gehen raus und holen die direkt da direkt vor dir Highlands wo wir schon mal eingriffen ja hab ich nicht ja schade wo ist er wo ist er ist zurück reingelaufen nur kurz 1 2 3 kille oder so und dann schnell wieder zurück ja aber ich muss ja gerade eben wenn Männer hinten beim turret blazen das ist noch schnell du versuch ich komm mit äh Out Base Wasser Haupt Base Wasser geht bei deren Base ein TP also bei dem Viecher die wir kapieren sollen kommt einer ist jemand Bobby direkt hinterm Stein hast du nen Tuzo da nein ich muss nur selbst holen nein ich meine sichtbar wollte gerade oder ich bin gerade in der Base ja äh wait und dann der mit Wasser tropfen dann ran halten ich bin nämlich auch in 7 minuten weg Bobby er ist da noch ja warte ich muss eben medical flürfen lassen ich bin instant down äh impi wie heißt der TP da wait wait mit Wassertropfen jo äh wo stehen unsere Tuzos in der Base in dem einen Seitenabteil ja äh dragonlast Bobby vorgehen wir sind nur als Backup weil es er angegriffen wird ja das ist meiner sichtbar warte ich muss noch ganz kurz ein bisschen healen ja dann wollte ich nehmen ja gut dann hol du den ich gehe mir in die andere page einholen oder steht hier der Moser von mir hast du keinen hm ich habe einen schlechten gleich vor alles gut lech 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 ja ja ich glaube da kommt wieder jemand ich bin mir aber nicht sicher was ist mit Moltis Blitz 4 irgendwie wo sind deren Viecher ja komm mit bist du durch? ja klar ich bin hier der Moser gut ich bin Arthur oder ist das da Rudi vor mir das bin ich einer boostet raus einer ist rausgeboostet ich habe es gesehen wo denn er ist wieder rein da steht ein Moser er steht wieder da steht wieder genau jemand schnapp da ne dann kannst du dir nicht schnappen du kannst die nicht grabben was kannst du nicht du hast mich gequackt wow warte 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 äh Mike Chuck heißt wurde getötet ich weiß nur nicht wo Fop Fop als ob die bis hierhin angezeigt werden lag 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 ach so dann brauche ich auch nicht nur schwimmen ja ich schwimme auch gerade hinterher check mir eben Fop ich glaube nicht das war hier irgendwo wir haben ja keine Churits ja gut aber das ist unter Wasser stehen 3 Tektorits glaube ich ja schieß ab du hast doch eine Tecmoser oh stimmt ja jemand draußen checken ja er ist wieder da wo er immer steht ja ist er rein er ist rein ok er ist rein sag mal warum haut der so ab der ist wahrscheinlich auf ja wow oh sichtbar was hast denn du gemacht doch ja er ist in die Türs rein nein ich war noch ganz am Anfang Siegen du gehst zurück und bewaffst den Eingang da ist einer 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 dann geht zu den Eingang da dann hat er geschrieben davor und kann er laut stehen Ich muss bei ihm in der Frop stehen bleiben, weil gleich 20 Uhr und es kann sein, dass mein Internet dann weg ist. Deswegen warte ich kurz. Und was machst du dann? Äh, ich stehe... Ja, Rudi, ich bin da gestorben, wo eine Turret auf mich geschossen hat. Und die hat mir mal Lust... Okay, sein Internet ist weg, Bobby ist... Kaputt geschossen und dann war ich tot. Bobby ist, scheint dann wohl weg zu sein. 20 Uhr, das wäre jetzt dein Internet weg. Naja, kann das irgendwie umgehen, oder? Na, der kommt nämlich. Äh, der soll seinen Eltern gefälligst erklären, dass er am Wochenende nicht gelten soll. User in your channel, time down. Time down. Gut. Äh, Sarudi, wo ist... Ähm, also wo sind deren Wasserfiecher? Da hat er eine Trau, wo die Turret schießen. So, wo muss ich hin? Wer, wo hier? Ich bin gerade wieder vom Essen zurück. Ähm... Bei den Wade-Wiking-Bay-Wiking-Bay-Walk. Äh, Greg, hinter dir. Nee, es ist nicht dauer. Ja, ich habe einen starken Tuso. Gut, dann... Wade mit Wassertruppe. Und Tuso. Mit Brägen. Ja, Bobby ist Ciri. Sichtbar, du bist schon wieder tot. Hm? Was machst du? Ich wollte gerade zu Fuß da wieder hinlaufen. Das ist Wasser. Haben wir in der Base nix mehr außer Sleeping Pods zum Respawn? Also, irgendwer meint, wir hätten da auch einen normalen... Dragon, du nicht. Wir werden nur drei Sleeping Pods angezeigt. Nee, das war alles Big Daddy. Der ist doch egal, dann sporen doch dort. Ja, nein, der wurde zerstört. Ja, Big Daddy ist nichts mehr drauf, ne? Der ist... Oh, mein Gott. Nee, du bist gar nicht du. Schön, wie das gerade wieder super funktioniert mit dem... Der ist doch von uns. Great Wassertropfen. Da kommt gleich jemand. Dragon, pass auf. Du bist der nur noch zu zweit. Oh, du landest irgendwo unten in Sicherheit. Du musst nach rechts oben schwimmen. Sichtbar, du musst nicht neue Sachen herstellen. Wir haben ein Tresor voll mit Gefährdung und Repariererrüstung. Am Eingang. Äh, on my way, on my way. Äh, zwei oder drei Leute. Dragon, Flammbär, war hinter dir. Das ist das Tier. Er hat sich gewohnt, er hat sich gewohnt. Du kannst trotzdem noch fliegen. Nein. Wer hat ihn dann... Er rennt rein, er rennt rein, ich. Oder rennt er rein? Ja, nein, du tustierst, oder? Sie auch flutter. Was soll ich machen bei der Raid Wassertropfen? Nach rechts oben schwimmen und denen helfen, die Dinger zu killen. Hier ist noch jemand Knack, Bobby, hier ist jemand Knack. Warum schwimmt dieser Moser? Bei unserem Zeck, der ist ab, wo der Käfig war, der Käfig ist kaputt. Der braucht noch ein oder zwei Hitze, dann ist der Moser down. Ach, wenn du möchtest. Der rennt in die Richtung, wo du gerade rennst. Unser Moser, alles gut. Er ist auf dem Felsen, hier ist wieder jemand. Ist bei uns ein Moser? Wir brauchen Unterstützung, ey, wir werden sich hier unterfeuern. Nein, das ist keiner, alles. Bobby, hier am Eingang wieder? Bobby ist nicht mehr da. Doch, doch, ich bin wieder da. Bobby ist da. Trotzdem, ich bin überfeuert. So, jetzt werden sie Karl schieben, weil ich den jetzt gerade... Das war übrigens ein heranwachsender Moser, deswegen ist er weggerannt. Ich hab ihn jetzt gekillt. Bobby, ist das der Nackte vor dir? Oder ist der andere? Da. Hier ist noch ein Nackter. Bist du brav? Impy, hast du die 3-4 Turrets da von denen weggeschossen noch? Impy, der hat keine andere Base von euch platt, weißt du? So, bei mir geht's jetzt auch erstmal erst, ich muss also auch erstmal weg. Auf dich. Mach den scheiß Spieler weg. Impy, soll ich wieder drauf? Wie kommt zu mir? Wie kommt zu mir dran? Ey, ist da jemand auf dem Pack Moser drauf? Ja, der schießt. Auf deren? Ja, der schießt. Ich hab crazy gelootet. Nice, Mann, ich hab den anderen Player noch. Nice, der schießt. Wo bischen? Ich bin mit da Moser. Ich bin mit da Moser zurück. Ja, ich bin hier, vor dir direkt. Ich bin crazy geliebt. Ja, das Ding fällt mir noch. Halt an. Ja, hab ich gemerkt. Eberation Sachen dabei. Echt? Was für welche? Äh, Glider Suit und so weiter. Jams und... Oh, don't you cry. Run, 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 Run Night. Run, Run, Run Night. Run, Run, Run Night. мерing Blankhouse every other night. Run, Run, Run Night. Run, Run Night. All right.